Sie sind ein Reifenspezialist oder eine Werkstatt und haben Verkäufer an der Theke. Denken Sie daran, dass Ihre Verkäufer nur eine Gelegenheit haben, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Sie brauchen sofort die richtigen Antworten, um den Verkauf nicht zu verpassen. Sie brauchen die Reifeneinkaufssoftware Softwheels. Früher musste ich die Lieferantenseiten einzeln konsultieren, mit den richtigen Passwörtern. Ich erinnere mich, also haben wir uns nur ein paar angesehen und die Promos verstreichen lassen. Jetzt habe ich alle Webseiten mit einem Klick. Sehen Sie. Das Programm verhält sich wie ein echter Preisvergleicher mit einfachen und benutzerfreundlichen Schnittstellen. Ja, was für eine Zeitersparnis. Eine gute, sofortige Reaktion. Sofortiger Verkauf. Außerdem bestellt das Programm die Reifen direkt, wenn der Kunde sein Einverständnis gibt. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, den Lagerbestand zu verwalten und nach Spezialprodukten zu suchen. Ja, Sie kennen unser Geschäft wirklich. Seit ich Softwheels gekauft habe, habe ich meinen Umsatz verdoppelt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020